Die Entlassung von Max Eberl bei RB Leipzig kam ja doch durchaus überraschend, auch wenn es sich dann in der vorherigen Woche schon so ein bisschen abgezeichnet hat, aber dass es dann doch so knapp vor dem Spiel bekannt gegeben wird, einfach so, ja hätte man nicht unbedingt erwartet, aber was passiert jetzt in der Zukunft? Ich denke mal, er wird zu Bayern gehen, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, wenn man es so sieht, muss man mal schauen, wie das Ganze so umgesetzt werden kann, aber jetzt mal grundsätzlich zur Entlassung, glaube ich, dass das wirklich für alle Seiten, für alle Parteien echt eine gute Entscheidung ist und mit der eigentlich auch alle leben können. Wenn wir zunächst mal schauen aus Leipzig Perspektive, die können damit eigentlich gut leben, weil es eigentlich größtenteils schon Sportdirektor Schröder und Trainer Rose waren, die den Umbau im Sommer ganz entscheidend mitgestaltet haben. Minzlaff hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er jetzt eben knallhart durchgreift, falls er den Erfolg gefährdet sieht, warum auch immer, der da immer noch Entscheidungen trifft, wenn er eigentlich nur für Red Bull zuständig ist, aber das ist ein anderes Thema und da Eberl halt eben das RB-Bekenntnis verweigert hat, mehr oder weniger, war eine Trennung eigentlich naheliegend und so ist das Thema auch beendet und es wird nicht dauerhaft über diese störende Thematik berichtet. Und vor allem geht es natürlich auch noch um eine Ablöse, denn Eberl wird auf jeden Fall Ablöse kosten, wenn die Bayern ihn verpflichten sollten. Nachdem ja Leipzig für Nagelsmann schon eine überragende Summe von 20 Millionen Euro den Bayern abgeluchst hatte, wird es auf jeden Fall auch hier nochmal eine saftige Ablöse geben, denke ich mal, sofern es zu einer Verpflichtung von Seiten der Bayern kommen sollte. Betrachten wir dann die Perspektive von Max Eberl selbst, so kann er eigentlich echt zufrieden sein, ich meine, er hat sich nie wirklich zu Leipzig bekannt, dementsprechend wird er jetzt nicht allzu sauer darüber sein. Andererseits ist jetzt zum einen der Weg zu seinem Wunschjob in München frei, wo er eigentlich ohnehin schon immer mal arbeiten wollte, ist ja auch Ex-Spieler von Bayern. Und auch privat hat es nur Vorteile, es hieß ja ohnehin schon, dass er größtenteils in seiner Freizeit oder teilweise auch in seiner Arbeitszeit nur in München bei seiner Freundin war. Dementsprechend ist München sowohl sein berufliches als auch sein privates Wunschziel, um dort zu leben und ich glaube, da kann er durchaus gut mit leben, wenn es natürlich am Ende so kommen sollte. Und die dritte Partei ist natürlich der FC Bayern, der rein sportlich durchaus davon profitieren könnte, weil jetzt halt eben der Mann zur Verfügung steht, der quasi die Idealbesetzung als Sportmanager sein könnte. neben Christoph Freund, um dann halt eben die Nachfolge und die Lücke von Hoeneß und Rummenigge zu füllen. Ja, ist so ein bisschen schwierig, Eberl bei Gladbach hat er gut gearbeitet, bei Leipzig jetzt auch, aber als er ging bei Gladbach, war das nicht ganz so überzeugend. Auch der Abgang von Leipzig jetzt ist so ein bisschen fragwürdig, aber rein sportlich, wenn wir jetzt mal seine Glaubwürdigkeit und so weiter ausblenden, seine Sympathie gegenüber den Fans, dann wäre es glaube ich schon eine gute Verpflichtung, wenn wir rein das betrachten. Und dann könnten die Bayern da denke ich gut mit leben, haben ja generell nicht unbedingt die sympathischsten Bosse im Verein, sag ich jetzt mal, die da das Sagen haben. Andernseits muss man natürlich dennoch erwähnen, die Fans wären da nicht unbedingt erfreut drüber. Aber Eberl hat durch seine Aussagen und Taten in der Vergangenheit schon seine Glaubwürdigkeit verloren. Kann er es gut machen? Ja, wenn er sagt, er hat Fehler gemacht, dann ist das auf jeden Fall zu verzeihen. Gerade mit Leipzig müsste er aber da schon deutlich in die Richtung gehen, dass das ein klarer Fehler war, dass er nur für das Geld dahin ging. Und die eigentlich dennoch hasst, das erwarte ich jetzt mal nicht. Und ich glaube, ja mit den Fans wird er jetzt nie das beste Verhältnis erreichen können. Aber mal schauen, rein sportlich ist es ein Rauswurf, der am Ende alle, in Klammern, glücklich machen könnte. Und auf jeden Fall ein interessantes Thema der letzten Woche war und so ein bisschen das Spiel aus dem Rampenlicht genommen hat. Obwohl es da auch wieder ein absolutes Topspiel war. Also die Bundesliga macht diese Saison echt Spaß. Erst Bayern gegen Leverkusen, jetzt gegen Leipzig jeweils 2-2. Also hoffentlich bleibt es so spannend bis zum Ende, weil das wäre der Liga auf jeden Fall sehr wünschenswert. Aber soviel zu der Thematik. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.